Ja, mach mal. Juhu! Ich find noch ne Sniper. Fucking Nigga zusammenschlagen, Deo sind wir hier, Alter. Nur die Peitsche raus und fick dich, Alter. Meine Waffen sind wieder unsichtbar. Meine Fresse. Ja, siehst du, so geht's mir die ganze Zeit voll mit diesem scheiß Blitzschlag. Ja, weil ich mach damit wenigstens trotzdem Geld. Ich kann mir das ja aussuchen, Digga, ob ich im Gunfeld was machen kann, ob der Bug kommt oder nicht, Alter. Diese scheiß Störgeräusche da. Könnte dumme sein. Ja. 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 Wir haben genug Geld, theoretisch. Ich weiß auch nicht, ob da safe ist beim Shop. Ja, der Snipe, der ist nicht safe. Ganz oben drauf, glaub ich. Ja. Ja. Ja, oben drin. Gib mir mal schnell deinen gelben Ries. Weg da. Ja. Ich hab's gesagt, das ist nicht safe. Ich hab's gesagt, das ist nicht safe. Ich hab' das fliegt, der phi ist nicht safe. Soviel war im Geschütz, das sind die letzte von dem Team. Ja, ich geh heute hoch. Ich war' noch ein, nur noch der eine. kann halt gerade nicht so schnell hochkommen richtig aber war nicht der andere sind da mir kontrol ja ich habe keine platten Hör doch auf, die scheiß Waffe zu choppen. Warte mal. Jetzt soll ich die Fresse halten, oder was? Jetzt kannst du mich auch mal im Arsch lecken, Thaler Hohn, Thaler Hohn, du Huch und so. Ja, nur, dass ich trotzdem noch drei Leute fighte und fast alle hole. Ja, haste Pech. Du, Hanson. Oh, ich lieb's. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, der war wild. Ja, Mann. Kann man seltsich und lustig gleichzeitig sein. Mohamed! Mohamed! Oh, wer auch sonst. Mohamed! Ja, einfach mit guter Weih. Ich kann nicht mehr. Tut grad alles weh, ich schwitze. Weck du Bastard. Ich hab dich auch lieb. Mhm. Das ist mir zu viel Sport. Ich hab's nicht verstanden. Kontroll. Bösen. Ach, Scheiß, ich hab Kontroll. Kein Bock. Richtung Sippelnden bei Prison worden ein Dings geshoppt. Mobiler, äh, mobiler Shop geworfen. Ja. Ja. Ziel ausgeschaltet, markiere den Rest von Ihnen. Das wird eine unter uns. Ich höre sonst keinen Laufen. Ja, das waren zwei, Mann. Wo denn? Oben, unten? Unten. Ich hab nur den einen gehört, weil der andere Wichser sich nicht bewegt hat. Das ist so rudelnd verreckt. Ganz unten? Naja. Hälfte. Da, wo der Talo und ich fickt, alter. Das war ein Mongo, ey. Ach, meine Fresse, sind wirklich zwei. Ah, einer ist stuck. Ich hab noch ein Färgerweil. Hälfte ich dir. Wie können das immer noch zwei sein? Digga, die sind beide an einer Termit gestorben. Natürlich. Ich bin mit euch auch so schnell, der mich getötet ist. Der letzte ist da unten irgendwo. Ah, haha. Team Vibe. Sehr schön, Laura. Meine Fresse ist es so am Rumbacken, wenn du volles Inventar hast und noch was aufheben willst. Ja. Ja. Da liegt ein Selfress, kannst du das ja auch mal mitnehmen gleich? Das ist aber auch irgendwie seit gestern erst. Seitdem das mit diesem random Bugs ist, Alter. Der allein Waffen unsichtbar ist, ist so lächerlich. Auch. Und das random diese Scheiß Ansicht kommt vom Blitzschlag. Das hab ich noch nicht gehabt, Alter. Keine Ahnung. Das ist richtig nervig. Du kannst halt nichts machen. Du kannst in der Zeit, wenn du diese Ansicht hast, nicht bewegen. Egal wohin. Ganz so nett. Klingt cool. Ist zwar nun wirklich sau kurz, aber das ist trotzdem sau nervig. Bei unserem Loadout. Die Schusskiste. Super. Leuchte im Haus war auf jeden Fall ein Sniper. Da. Weil die ab und zu zerstört wird, irgendwie. Ja, das ist so ein random Event. Es kann aber nur hier Leuchtturm kaputt gehen und hinten der Wasserturm. auch. Und halt Prison Mitte. Das hat mir schon ein paar Mal... Prison Mitte ist gefühlt nie, Alter. Ja, das... Mich wunderts, dass du das noch nicht gesehen hast, Laura. Das hat mir schon ein paar Mal. Brauerigerweise schon, ja. Unter dir einer, äh, Maurice. Den anderen habe ich gedauert. Ja, ich muss runter. Von Control oder so wurde ich gerade gesniped. Bin unter mir. Ping, äh, Laura. Sehr schön. Die Ente, ne? Ja. Ja, da gibt's. Ah, ich werde von Control links abgeämt. Ich weiß auch nicht wo genau. Kannst du... Wo? Linke Tür oder wo? Ja, dann landet hier wieder beim Loadout. Und durch, und durch ist einer. Da ist gerade einer rein, der Dreck. Snoop Dogskin. Er rennt komplett weg. Äh, ich hab ihn zwar nicht angeschossen, aber... Ich aber. Er rennt tot. Einfach drauf scheißen, einfach drauf scheißen. Ich komm hoch. Guck mal kurz auf die Kills, Maurice. Ganz, noch ganz kurz so. Ich würd sagen, Runde läuft. Bistchen. Er hat nen Einsatzschild. Da vorne sind noch einer. Der Einsatzschild hat Nerve. Ich hab dich geprävizit. Du kannst da wegkommen eigentlich. Der Einsatzschild hat Nerve, der Typ. Ist der letzte von denen. Der wird nicht töten. Ja, heavy crack der Bray. Ja, ich bin vorne hier. Morg dich. Alles gut. Er rennt. Weiß nicht, wo er hin ist. Unter mir. Hab ihn gestuckt. Tot. Ich dachte ehrlich, in der Runde sterbe ich nicht mehr. Hier ist noch eine Flair. Ich hab schon eine. Unter mir im Bunker. Okay, ich werd vielleicht doch sterben. Hab ihn gestuckt. Warte, warte, warte. Alles gut. Hab ihn. Hier ist noch mal ne Dings, ne Flair. Alter. Junge. Ich wär fast drauf gegangen für dich, alter. Bei der überall Minenlagen. Hier ist noch nicht mehr. Hier ist noch nicht mehr. Genau. Am Quad. Lass mir mal kurz die letzten Kills bitte. 30 voll machen. Bitte. Nein. Egal, ihr könnt noch flären. Ich brauch nur einen Kill. Warum ich den nicht gehittert hab, denke ich. Schauen zwei rein. Down ein. Alles gut, boinig. Alles gut, boinig. Maaan. Jetzt ist es endgültig. Wer ist raus? Ach shit. Ach man. Ich wollte nur die 30 machen. Warte mal.